Willkommen zum The Smarter E-Podcast – für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Obwohl Solarkollektoren einen deutlich höheren Wirkungsgrad als Photovoltaik-Module haben, führen sie in der öffentlichen Wahrnehmung eher ein Schattendasein. Dabei kann SolarTermin nicht nur das heimische Badewasser erwärmen, sondern auch die Industrie mit Prozesswärme versorgen und ganze Wärmenetze speisen. Das Symposium SolarTermin in Bad Staffelstein widmet sich seit 33 Jahren der SolarTermin. Wie hat sich SolarTermin seither verändert? Welche technischen Innovationen gibt es und welchen Beitrag leistet sie zur Energiewende? Mein Name ist Tobias Bücklan und ich spreche darüber jetzt mit dem fachlichen Leiter des Symposiums, Dr. Korbinian Kramer vom Fraunhofer ISE in Freiburg. Hallo Herr Kramer. Schönen guten Tag. Ja, wir haben gerade gehört, es gibt schon seit über drei Jahrzehnten dieses Symposium, also die SolarTermin wahrscheinlich noch länger. Vielleicht können Sie mal diese vielen Jahrzehnte kurz einen Überblick geben. Was gab es da für Entwicklungen? Was sind die Meilensteine? Wo stehen wir heute? Ja, Herr Bücklein, mache ich sehr gerne. 34 Jahre SolarTermin-Symposium. In den letzten Jahren sogar mit einem erweiterten Titel kommen wir später nochmal drauf zurück. Zeigen, dass die Technik seit einer geraumen Zeit schon in einer signifikanten Anwendungsanzahl ist, dass sich so ein Symposium auch ausgebildet hat und so lange überstehen konnte. Die Technik, Sie sprachen es an, gibt es an sich schon sehr viel länger. Die Wandlung von Solarstrahlung in Wärme ist natürlich ein physikalisches Phänomen, das man auch ohne technischen Hintergrund kennt. Und das dann nutzbar zu machen, war ein leichter Gedankengang. Der ist den Leuten auch schon sehr früh gekommen. In Europa, in Deutschland hat sich die Technik so in den 2000er Jahren sehr stark verbreitet. Wir hatten den Höhepunkt der Umsatzzahlen in 2008. Und wir haben seitdem auch einen recht starken Wandel durchlebt für die Solarthermie-Anwendung, sowohl wo sie angewendet wird und in welcher Form, aber auch was die Absatzzahlen angeht. In den 30 Jahren, auf die wir jetzt gucken, gab es sicherlich Entwicklungshighlights. Die Technologie wurde sehr viel planbarer, berechenbarer. Es hat sich entsprechend natürlich auch dann eine Vertriebsstruktur ausgebildet. Vom Solateur, der die Anlagen aufs Dach bringt, bis zur Produktion auch der Halbzeuge in Europa, teilweise auch im außereuropäischen Ausland. Sprich, es ist eine sehr gute Infrastruktur, lokale Wertschöpfungsstruktur entstanden in den guten Jahren, von der wir heute noch profitieren. Auch wenn man sagen muss, dass natürlich eine Folge verschiedener schlechter Jahre auch die Branche federn lässt. Diese schlechten Jahre hatten ja nichts mit der Sonne zu tun, sondern wenn ich mich so umhöre, dann haben tatsächlich vor 20, 30 Jahren irgendwie so die Pioniere, die hatten Solarthermie-Anlagen auf dem Dach. Heute, wenn man jetzt eine Südwestausrichtung hat, dann sehe ich in der Gegend überall die Photovoltaik wachsen. Das ist so der No-Brainer irgendwie geworden, dass man Photovoltaik drauf macht. Fangen wir mal andersrum an. Was ist denn der Nachteil der Solarthermie, der dazu geführt hat, dass jetzt eigentlich hauptsächlich, ich behaupte das jetzt einmal mal, hauptsächlich Photovoltaik verbaut wird? Ja, eine sehr gute Frage, die sich mindestens die Branchenbeteiligten auch oft stellen, die wir uns aber auch gemeinsam stellen sollten, denn die physikalischen Grundlagen, die in der Solarthermie umgesetzt sind, die haben ja weiterhin Gültigkeit und man kann also die Frage wirklich stellen, wieso bekommen wir das nicht auf die Schiene oder nicht in dem Umfang auf die Schiene, wie es die Technik vielleicht verdient hätte. Ich denke, ein wichtiger Effekt ist, dass es oft um eine dezentrale Nutzung der Wärme geht, insbesondere im Einfamilienhaus, vielleicht Mehrfamilienhaus, weniger dann bei den Nichtwohngebäuden oder im urbanen Kontext kommen wir später auch noch drauf, wo eventuell Wärmenetze dann bestehen. Da hätte ich dann ja eben auch eine Netzkopplungsmöglichkeit. Aber erst mal zurück auf die Installation in Einfamilienhäusern. Da ist es eben geprägt von einem systemischen Ansatz. Das heißt, ich muss mich mit der Selbstnutzung dieser Wärme auseinandersetzen. Ich habe in dem Sinne eine kompliziertere Planung zu leisten, als ich das habe, wenn ich erst mal den Strom von Dach kontinuierlich in ein Netz abgeben kann und mich letztlich nur um diese Schnittstelle kümmern muss. Wie verrechne ich das mit dem Netz? Das macht es zumindest im ersten Anlauf deutlich überschaubarer. Darf ich das aus Laien-Sicht so verstehen? Also Solarthermie, da wird etwas erhitzt, was dann heiß ist und diese Energie muss ja auch irgendwo hin, irgendwie weg, richtig? Ganz genau. Und während sie bei der Photovoltaik dann einfach ins Netz als überschüssiger Strom geführt und verrechnet wird, ist das bei der Solarthermie nicht ganz so einfach. Ganz genau. Da ist ein großer Unterschied, der auch ein Vorteil sein kann. Sehr gut, dann kommen wir zu den Vorteilen. Ja. Durch diese Herausforderung kommt eine Solarthermie-Anlage typischerweise immer mit einem lokalen Wärmespeicher. Das ist einfach der Technik geschuldet und der Tag-Nacht-Situation geschuldet, dass wir sinnvollerweise zwischenspeichern können. Jetzt ist es ganz glücklich, dass sich Wärme sehr kostengünstig und einfach speichern lässt auf diesen Temperaturniveaus in Wasser und damit auch in einem unkritischen Medium. Dieser Vorteil ist vielleicht in Zukunft auch noch ein wichtiger Punkt für die sogenannte Sektorkopplung oder Flexibilisierung auch des Wärmesektors und last but not least auch für die Elektrifizierung des Wärmesektors. Wir sprechen über einen sehr großen Endenergieanteil, der in Wärme verwendet wird, als Wärme verwendet wird und eben entsprechend bereitgestellt werden muss. Und diese lokale Wärmewandlung mit hoher Effizienz und Speicherbarkeit vor Ort, jetzt hört man es vielleicht schon raus, hat das Potenzial auch netzentlastend zu wirken. Sie haben gerade die Sektorkopplung ja schon angesprochen und ich glaube, wir haben ja im Moment eine Energiewende, die so eine Stromenergiewende ist. Also alles wird Strom und insofern ist natürlich auch die Photovoltaikanlage sozusagen da offensichtlich erst mal das geeignete Mittel. Aber wie Sie ja sagen, die Solarthermie könnte einige dieser Aufgaben auch und manche sogar viel besser übernehmen, richtig? Ja, das ist möglich und man muss es sich eben ganzheitlich, wie man das heute so schön sagt, anschauen. Also ich habe die Solarstrahlung erst mal als Energiequelle, die soweit kein Geld kostet und verfügbar ist. Leider saisonal unterschiedlich und leider Tag, Nacht unterschiedlich. Ich muss mir also in meiner Bereitstellung der Wärmeenergie die Wandlungspfade anschauen, kann ich einmal Strom draus machen mit circa bis zu 20 Prozent der Zeit aus einem Photovoltaikmodul. Dann habe ich erst mal nur den Strom, jetzt möchte ich den ja aber in Wärme nutzen, dann muss ich ihn wandeln, könnte ich direkt tun, ist aber nicht so einfach, denn die Mengen sind eben groß, die ich brauche. Also mindestens das Argument schaltet mir da eine Wärmepumpe dazwischen. Es ist auch exergetisch einfach sinnvoller aus dieser hochexergetischen Energieform Strom dann mit einem Wandlungsfaktor von circa vier, je nach Situation auch abweichend von einer Wärmepumpe Wärme bereitzustellen. Man hört schon raus, ich habe dann eben zwei Wandlungsschritte machen müssen. Da sind auch Effizienzverluste dabei, aber das kann ein sinnvoller Wandlungspfad sein. Und parallel kann ich mir die Solarthermie angucken, wo ich eben aus der Solarstrahlung direkt die Wärme bereitstelle. Und jetzt kommt es auf die Randbedingungen drauf an, welche Systemverknüpfung sinnvoller ist. Der Überschuss, Sie haben ihn schon angesprochen, ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich eine Nutzung der hohen Energiebereitstellung im Sommer gewährleisten kann, dann hat die Solarthermie da auch keinen Nachteil. Wenn ich aber nur dezentral arbeiten kann und insgesamt über das Jahr einen hohen Solardeckungsbreitrag leisten möchte, dann kann es im Sommer zu einer Überproduktion kommen. Und um die zu vermeiden, wird oft kleiner dimensioniert. Und das ist dann tatsächlich ein Nachteil, weil ich dann im Winter einfach nur noch einen sehr kleinen Anteil leisten kann. Einfach um das nochmal zu konkretisieren. Ich habe ja eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ich merke natürlich, im Dezember, Januar ist so wenig Strom, da kriege ich vielleicht noch 20 Prozent von meiner Wärmepumpe damit beliefert. Da hätte ich jetzt aber mit der Solarthermie auch nicht viel Vergnügen, weil bei uns scheint einfach nicht so viel die Sonne. Ich glaube, da wäre kein großer Vorteil. Oder sehen Sie das anders? Je nach Technologie kann die Solarthermie durchaus auch mit niedriger Strahlungsintensität einen Vorwärmungsprozess natürlich bedienen. Die Solltemperatur einzustellen, wird dann auch nicht in jeder Betriebsstunde möglich sein. Das ist schon richtig. Also der Winter ist Winter, weil die Solarintensität dann zurückgegangen ist. Und das ist es für die Solarthermie sowie für die Photovoltaik. Tatsächlich kann aber eben die hohe, flächenbezogene, sehr hohe Wandlungseffizienz der Solarthermie, zum Beispiel in Form eines Vakuumröhrenkollektors, durchaus noch eine ganz gute Temperaturerhöhung auch bei niedriger Intensität bereitstellen. Aber ja, sie werden in dem Moment in beiden Fällen eine Backup-Lösung brauchen. Und die kann eben sehr unterschiedlich aussehen. Ich sage mal, im Bestand ist oft eh noch eine alternative Heizform installiert. Die kann dann als Spitzenlastkessel dort auch weiter verbleiben. Das ist auch ein großer Vorteil, dass sich Solarthermie-Anlagen sehr günstig mit eigentlich allen anderen Heiztechnologien verbinden lassen, hybridisieren lassen und man trotzdem die positiven Effekte dann in seiner Heizungslösung hat. In den Wintermonaten kommen die speziell zum Tragen, dass man eben da noch eine zweite Heizlösung hat. Das braucht man aber auch eben für eine Wärmepumpenheizung mit PV. Im Winter brauchen sie dann das Netz, sonst kommen sie damit auch nicht zurecht. Genau, das ist dann beides Strom und hier braucht man einmal Solarthermie plus Strom oder Gas oder was auch immer. Jetzt, bevor wir nochmal genauer auf die Wärme und den Nutzungsmöglichkeiten der Wärme eingehen und da wir gerade vom Strom sprachen. Nehmen wir mal bei den Sommer, da haben Sie gerade von Überschussenergie gesprochen. Die geht bei der Photovoltaikanlage ins Netz oder zum Beispiel in ein Kühlgerät, weil es sehr heiß wird oder in das Auto, zum Autofahren. Insofern ist da natürlich eine Möglichkeit, den Strom zu verbrauchen, auch im Sommer. Wie sieht es da mit der Solarthermie aus? Also inwiefern taugt die Solarthermie als Stromlieferant? Na, als Stromlieferant kann sie dann herangezogen werden, wenn sie wirklich auf sehr hohem Temperaturniveau Wärme bereitstellt. Das geht mit konzentrierender Solartechnik. Das ist sicher weniger eine dezentrale Kleinanwendung dann, sondern das sind dann eher großtechnische Anlagen, die im richtigen Einsatzumfeld durchaus als sogenannte Kano-Batterien zum Beispiel, also hochtemperierte Wärme in Speicher bringen können, von wo aus ein Verdampfungsprozess, eine Dampfturbine eventuell sogar gespeist werden kann. Gibt es, ist ein ganz wichtiger Wandlungspfad für die Stromerzeugung auch, ist jetzt aber das andere Ende des Spektrums der Anwendung der Solarthermie, wenn man vom Häuschen sozusagen Richtung Kraftwerk schaut. Wäre ja aber trotzdem sehr interessant, weil wir ja so diese Grundlastfähigkeit und die Lastspitzen abfedern müssen. Ist dafür Solarthermie auch, höre ich so ein bisschen raus, wäre eigentlich auch eine bisher noch nicht so populäre Lösung? Genau. Die Bandbreite der Solarthermieanwendung deckt eben beide Enden ab. Es kann die Niedertemperaturquelle für eine Wärmepumpe zum Beispiel sein. Vielleicht haben wir später noch Zeit auch über Anwendungsformen wie die PVT zum Beispiel zu reden, die eher in diesem sehr niedertemperierenden Segment aktiv ist. Und wir haben diese hochkonzentrierenden Kraftwerkstechnologien und jetzt haben wir dazwischen aber durchaus auch noch Technik, die direkt auf dem Nutztemperaturniveau Wärme bereitstellen kann. Zum Beispiel für Wärmenetze. Bei Wärmenetzen ist natürlich eine sehr gute Versorgungssicherheit, Planbarkeit, Regelbarkeit wichtig oder hilfreich und wird auch am ehesten monetarisiert. Im Einfamilienhaus gibt es da eigentlich kaum eine direkte Verknüpfung auf den Kilowattstundenpreis. Aber im Netzkontext ist es von Vorteil, wenn ich zum Beispiel konzentrierende Kollektorreienteil defokussieren kann und damit die Leistung ausregeln kann, die ich ins Netz einspeise. Und das ist dann wirklich ein Vorteil der Solarthermie, der konzentrierenden Solarthermie in dem Fall. Sie sagen, das ist sowas dazwischen. Das heißt, Sie gehen nicht davon aus, dass ich dann mit meiner Solarthermieanlage auf dem Dach ins Fernwärmenetz einspeise, sondern dass es da regionale, kommunale Anlagen gibt, die dann dazu beitragen. Ich denke, es wird beides geben. Es wird die dezentralen Einspeisungen geben. Es hat auch was mit dem Temperaturniveau der Fernwärmenetze zu tun. Es hat letztlich auch was mit der Breite des Fernwärmenetzes zu tun, mit der Peripherie. Wenn man ganz an den Rand von Fernwärmenetzen geht, dann ist deren Betrieb dort oft nicht mehr so wirtschaftlich, weil die Fernwärmenetze, um im Randbereich noch die Solltemperatur halten zu können, im Kernbereich deutlich übertemperieren müssen. Das ist energetisch ungünstig. Wenn man jetzt durch die Erschließung von Randbereichen, zum Beispiel durch Einbindung von Solarthermiefeldern, nochmal an weiteren Einspeisepunkten das Temperaturniveau der Felder anheben kann, dann kann da wirklich ein ganz toller Effekt draus werden, dass man eben die Gesamttemperatur des Kernnetzes sogar absenken kann im Sommer und dennoch in der Peripherie oder bei Industrieliegenschaften durch eine lokale Solarnutzung die Versorgung im Wärmenetz aufrechterhält. Jetzt haben wir über die Wärme in Wärmenetzen gesprochen, wo natürlich ebenfalls sehr viel Wärme benötigt wird. Es sind Industrieprozesswärme. Da wird jetzt viel darüber nachgedacht, wie man den überschüssigen Strom in Wasserstoff wandelt, um dort dann Wärme für die Industrie bereitzustellen. Das könnte mit Solarthermie möglicherweise ja auch schneller gehen, oder? Genau. Es gilt wieder, die Wandlungspfade möglichst ganzheitlich zu vergleichen, sprich die Transportkosten, die Kompressionskosten, also auch die Nebenkosten, die die Wandlungspfade mit sich bringen, die Leitungskosten, die Netzumbaukosten, Ähnliches, sollten in dieser Art Vergleichen immer mit einbezogen werden. Übrigens auch bei der Elektrifizierung des Wärmesektors gehören die Leitungskosten schon mit dazu. Wir merken ja schon, dass der Ausbau immer stärker voranschreitet und es in den ersten Gebieten zu einer ganz realen Frage wird, wie viel Leitungskapazität steht mir noch zur Verfügung, um eben XY-Legenschaften elektrifizieren zu können. Ist also ein spannender Punkt, inwiefern sich diese Wandlungspfade vergleichen lassen und dann Vorteile und Nachteile ausspielen. Sicher von Vorteil ist in der chemischen Speicherung, also sprich bei Wasserstoff, dass man eben ihn langfristig speichern kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich Überschüsse an Strom, an erneuerbarem Strom habe, diese nicht durch zum Beispiel Abschalten der Windräder oder einfach verpuffen zu lassen oder nicht nutzen zu können, das dann zu wandeln, das ist ein Nutzen. Es extra dafür in einer kleinskaligen Industrieliegenschaft zu machen, da müsste man, glaube ich, ganz genau hingucken, wann sich das lohnt. Und es spielt ja auch eine Rolle, inwieweit man die jeweiligen Pfade, die Sie angesprochen haben, gut integrieren kann in die bestehende Infrastruktur. Wie sieht es da bei der Solarthermie aus? Ja, die meiste Industrie hat eben auch einen Wärmebedarf. Oft ist der historisch durch übertemperierte Leitungen gedeckt. Also viele Industrie läuft auf Dampfnetzen, hat aber in den Prozessen ein viel niedrigeres Temperaturniveau zu versorgen. Da gilt es eigentlich immer erst mal auch eine Analyse zu machen. Efficiency first war da mal so ein Slogan und der gilt noch heute. Man bei dem Umstieg auf eine möglichst defossilisierte und CO2-freie Produktion ist man gut beraten, sich erst mal anzugucken, wo in der Effizienz der eigenen Anlagen noch was zu holen ist. Und dann im nächsten Schritt die verbleibenden Bedarfe wirklich erneuerbar zu decken. Und dann kann Solarthermie davon einen Teil übernehmen. Wenn der solare Deckungsanteil eher niedrig ist, ich sag mal bis 20 Prozent, ist das auch relativ simpel planbar. Je näher man dann Richtung hohe Deckungsanteile kommt, desto genauer muss man die Auslegung machen. Und am Ende wird es bei den meisten Industrieliegenschaften eine Kombination von verschiedenen erneuerbaren Energiewandlern sein, die da zum Tragen kommt. Jetzt hatten Sie ja vorhin schon angesprochen, und damit kommen wir nochmal zur Technik zurück, dass auch auf dem Symposium, was ja demnächst in Klose-Banz stattfindet, die Photovoltaik-Thermie ein wichtiges Thema ist. Genau, die PVT-Technologie, die Kombination in einem Bauelement, Photovoltaische Wandlung und thermische Nutzung, ein spannendes Thema. Die Anwendung dieser Technik sehen wir momentan aus verschiedenen Gründen eher im Niedertemperaturbereich, wo die Nutzwärme, die dann geerntet wird, angehoben werden muss. Sprich, wir eine Wärmepumpe typischerweise damit kombinieren, für die diese PVT-Wärme die Quellwärme darstellt. Eine Wärmepumpe ist ja in dem Sinn kein echter Energiewandler, sondern ein Energieweredler, der aus einer Niedertemperaturquelle mittels Strom eine Nutztemperaturquelle macht. Und diese Quelle wird typischerweise, das kennen die meisten, entweder über eine Lufteinheit, die aktiv Luft über einen Wärmetauscher fördert, bereitgestellt oder aus dem Erdboden entnommen über verschiedene Techniken. Es gibt aber auch noch Flusswärmepumpen und Abwasserwärmepumpen und so gibt es eben seit geraumer Zeit auch die Solarwärmepumpen oder die PVT-Wärmepumpen, wo die Quelle aus den PVT-Kollektoren gespeist wird. Ich erinnere mich daran, dass wir zu diesem Thema bereits mal einen Podcast gemacht haben. Deswegen würde ich dieses wichtige Thema der PVT-Technologie hier so kurz behandeln. Es ist auf jeden Fall so, dass es durch diese Kombination natürlich deutliche Vorteile gibt. Ich denke, wenn ich mich richtig erinnere, ist es sogar so, dass die Effizienz der Photovoltaik-Module sogar erhöht werden kann, dadurch, dass es noch einen thermischen Anteil gibt. Richtig? Das ist grundsätzlich richtig. Photovoltaik mag es nicht so gerne, allzu heiß betrieben zu werden. Da geht der Wirkungsgrad von Silizium nach unten. Deshalb profitieren Situationen, wo man die PV entweder hinterlüftet oder eben sogar aktiv die Wärme entnimmt, was man beim PVT tut. Die profitieren natürlich von diesem physikalischen Effekt. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kramer. Sie haben es schon vorhin erwähnt. Das Symposium heißt inzwischen Symposium Solarthermie und innovative Wärmesysteme und wird vom 14. bis 16. Mai im Kloster Banz stattfinden. Sie sind der fachliche Leiter. Deswegen freue ich mich natürlich, wenn Sie uns noch ein bisschen den Mund wässrig machen, was dort die Teilnehmer erwartet. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich denke, es ist klar geworden, 34. Symposium. Es trifft sich hier eine große Anzahl Experten, Expertinnen, um das Thema Wärmewende zu diskutieren. Historisch kommt das Symposium aus der Solarthermietechnik. Über die systemischen Anforderungen hat sich das Symposium in den letzten Jahren immer weiter auch an andere Wärmetechnik herangewagt und die aktuellen Entwicklungen, Wärmefragen sind so stark diskutiert wie vielleicht noch nie, machen auch so ein Symposium noch wichtiger. Denn hier kann man wirklich auf einem fachlich guten Niveau gemeinsam über die Herausforderungen diskutieren. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf das diesjährige Kloster Banz, das Symposium und bin auch gespannt, welche neuen Perspektiven im Kloster wieder angesprochen werden können. Prima, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch, Herr Kramer. Vielen Dank. Und ich hoffe natürlich, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, auch Ihnen hat dieses Gespräch gefallen und Sie sind nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Spannende Vorträge rund um die Wärmewende erfahren Sie auf dem 34. Symposium Solarthermie und innovative Wärmesysteme vom 14. bis 16. Mai 2024 im Kloster Banz in Bad Staffelstein. Alle Infos und Tickets finden Sie online unter www.solarthermie-symposium.de und «Solarthermie» und die Wärmewende erfahren Sie auf dem 34. Also ist es ein junger Bad Staffelstein. Und die Wärmewende, die sind unbeziehung auf dem Playfort im Kloster sind. und haben die Fahrer in die Wärmewende funkt Man bedau.